Hallo und herzlich willkommen zu Kärnt TV 90 am Montag. Gedenken am Bärschmannhof, Kärntner Armutsstudie, Seenbericht 2023. Er liegt oberhalb von Bad Eisenkappel und ist Gedenkort und Museum zugleich. Der Bärschmannhof. Im Andenken an jene Familien, die 1945 von Nationalsozialisten am Hof ermordet wurden, legten Bundespräsident Alexander von der Bellen und Landeshauptmann Peter Kaiser gestern Grenze nieder. Zukunft sei für eine Gesellschaft nur möglich, wenn auch das Erinnern einen maßgeblichen Stellenwert habe, so der Tenor. Einen tiefen Einblick in die Lebenssituation armutsbetroffener Kärntnerinnen und Kärntner. Das bietet die Kärntner Armutsstudie 2024, die kürzlich in Klagenfurt präsentiert wurde. Geägnete Maßnahmen zur Armutsbekämpfung sollen nun vom Land Kärnten ausgearbeitet werden, so Sozialreferentin Gabi Schaunig und die Landesrätinnen Beate Brettner und Sarah Schaar. Kärntens Seen haben eine ausgezeichnete Qualität. Dieses erfreuliche Ergebnis des Seenberichts wurde kürzlich von Umweltlandesrätin Sarah Schaar und Georg Sandner vom Kärntner Institut für Seenforschung präsentiert. Insgesamt wurden 40 Seen überprüft, bei 9 davon stieg die Wasserqualität im Vergleich zum Vorjahr. Mehr Infos dazu gibt es auf kiss.ktn.gv.at. In feierlichem Rahmen konnten die Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule sowie der Agrar-Hack Althofen kürzlich ihren Facharbeiterbrief entgegennehmen. Mit dabei war auch Agrarreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Grober, der die Qualität der Ausbildung hervorhob und den Jugendlichen zum Schulabschluss gratulierte. Auch wir gratulieren Ihnen recht herzlich. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.